Das Subcutane Infusion Set habe ich im Dezember vorgestellt in einem der eure Fragen meiner Antworten Videos. Wer das Video verpasst hat, der Link zum Video befindet sich unter diesem Video in der Beschreibung. Für heute habe ich die Schritt für Schritt Anleitung vorbereitet, die ich zusammen erarbeitet habe mit Human Nutrition. Wer Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht hat, dann bitte haut rein in den Kommentaren, ich freue mich darüber zu lesen. Wer nicht, ich hoffe, ihr findet das Video nutzbar. Wenn das der Fall ist, Daumen hoch hinterlassen, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit und den YouTube-Algorithmus, damit auch andere Pflegekräfte das Video sehen können. Wenn ihr neu seid und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ich freue mich sehr darüber, es ist völlig unverbindlich und kostenlos, einmal aufs Abonnieren draufdrücken und jedes Mal, wenn ein neues Video erscheint, kriegt ihr eine Benachrichtigung. Mein Name ist Jura Jelowatz, ich freue mich, euch auf dem Pflegekanal willkommen zu heißen. Nach der fachlichen Händedesinfektion mit Beachtung der Einwirkzeit ziehen Sie sich einmal handelt. Reinigen Sie die Arbeitsfläche mit einem Flächendesinfektionsmittel. Beachten Sie dabei die empfohlene Einwirkzeit laut Herstellerangaben. Entsorgen Sie die Einwandhandschuhe und desinfizieren Sie sich die Hände erneut. Ziehen Sie erneut Einwandhandschuhe an. Richten Sie die Materialien auf der Arbeitsfläche und öffnen diese nach dem Non-Touch-Prinzip, so dass sie in der originalen Verpackung verbleiben. Einwandhandschuhe Vermerken Sie auf der Infusionsflasche das Datum, die Uhrzeit und versehen das mit Ihrem Kürzel. Entsorgen Sie die Einmalhandschuhe und desinfizieren Sie sich die Hände erneut. Ziehen Sie den Verschluss von der Infusionsflasche ab und desinfizieren Sie den Gummistopfen. Beachten Sie dabei die Einwirkzeit nach Herstellerangaben. Wischen Sie mit einem sterilen Tupfer oder einer sterilen Kompresse eventuelle Reste des Desinfektionsmittels vom Gummistopfen ab. Nehmen Sie das Überleitsystem aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzkappe vom Einstichdorn. Um ein unkontrolliertes Abfließen der Infusionsflüssigkeit zu vermeiden, schließen Sie die Rollenklemme am Überleitsystem. Stechen Sie den Einstichdorn durch den Gummistopfen in die Infusionsflasche ein. Hängen Sie die Infusionsflasche am Infusionsstände auf. Befüllen Sie die Tropfkammer bis zur Markierung. Öffnen Sie das Belüftungsventil an der Infusionsflasche. Nun öffnen Sie die Rollenklemme und entlüften Sie den Anschlussschlauch des Überleitsystems. Schließen Sie die Rollenklemme und befestigen Sie den Anschlussschlauch an der dafür vorhergesehenen Stelle an der Rollenklemme. Entsorgen Sie die Einmalhandschuhe und informieren Sie den Pflegeempfänger über die kommenden Schritte. Bei Bedarf unterstützen Sie den Pflegeempfänger, sich mit leicht erhöhtem Oberkörper, ca. 15 Grad, zu positionieren. Wählen Sie die Einstichstelle aus und bitten Sie den Pflegeempfänger, die Einstichstelle frei zu machen. Wenn nötig, unterstützen Sie ihn dabei. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Super. Desinfizieren Sie die Einstichstelle mit einem Hautdesinfektionsmittel und beachten Sie die Einwirkzeit nach Herstellerangaben. Nach der fachlichen Händedesinfektion mit Beachtung der Einwirkzeit ziehen Sie sich Einmalhandschuhe an. Entnehmen Sie den Button aus der Verpackung. Entfernen Sie die Nadelschutzkappe. Platzieren Sie den Button an der vorhergesehenen Stelle, indem Sie die Hälfte des Klebeschutzes entfernen. Drücken Sie mit dem Finger die Klebestelle an. Entfernen Sie die zweite Hälfte des Klebeschutzes. Nun drücken Sie die zweite Klebeschicht an. Entfernen Sie die Einstichhilfe, indem Sie die blaue Oberseite des Buttons herausziehen. Schließen Sie den Sicherheitsverschluss und entsorgen Sie die Nadel vorschriftsmäßig. In der Haut verbleibt eine 5 mm lange Teflonkanüle. Nun muss der Button mit dem Überleitsystem verbunden werden. Dafür entfernen Sie den Anschlussschlauch von der Rollenklemme. Verbinden Sie den Anschlussschlauch vom Überleitsystem mit dem Anschlussschlauch vom Button. Der Anschlussschlauch am Button muss auch entlüftet werden. Entfernen Sie diesen, indem Sie das Dreieck am Anschlussschlauch auf das Dreieck auf dem Pflaster stellen. Ist der Anschlussschlauch vom Pflegeempfänger entfernt, So öffnen Sie die Rollenklemme am Überleitsystem und füllen Sie das System, solange bis Flüssigkeit aus dem Anschlussschlauch des Buttons tropft. Schließen Sie die Rollenklemme und schließen Sie den Schlauch wieder am Button an, indem Sie das Dreieck auf das Dreieck halten und den Anschlussschlauch nach rechts drehen, bis das Dreieck am Schlauch auf das Rechteck-Symbol am Button zeigt. Öffnen Sie langsam die Rollenklemme und stellen Sie so die benötigte Tropfgeschwindigkeit ein. Entsorgen Sie alle Verpackungsreste. Danach ziehen Sie die Einmalhandschuhe aus und desinfizieren Sie sich die Hände, fachgerecht und nach Herstellerangaben. Fragen Sie den Pflegeempfänger nach seinem Wohlbefinden und unterstützen Sie ihn bei Bedarf beim Zudecken. Legen Sie die Klingel in Reichweite und informieren Sie den Pflegeempfänger, dass er sich bei Unwohlsein melden soll. Dokumentieren Sie die Maßnahme mit Uhrzeit, Datum, was wurde dem Pflegeempfänger verabreicht, welche Menge, wie war das Wohlbefinden des Pflegeempfängers und wo ist die Einstichstelle. Organisieren Sie Kontrollgänge in regelmäßigen Abständen, bis die Infusion beendet ist. Wurde die verordnete Menge der Infusionslösung verabreicht, wird die subkutane Infusion entfernt. Desinfizieren Sie sich die Hände und beachten Sie die Einwirkzeit. Ziehen Sie einmal Handschuhe an. Schließen Sie die Rollenklemme am Überleitsystem. Informieren Sie den Pflegeempfänger über die kommenden Schritte. Bei Bedarf unterstützen Sie den Pflegeempfänger, sich mit leicht erhöhtem Oberkörper ca. 15 Grad zu positionieren. Trennen Sie den Anschlussschlauch des Überleitsystems vom Anschlussschlauch des Buttons. Verschließen Sie den Anschlussschlauch am Botten mit dem beiliegenden Stopfen. Der liegende Botten kann bis zu drei Tage verwendet werden, muss also nicht täglich gewechselt werden. Entnehmen Sie den leeren Infusionsbehälter und entsorgen diesen vorschriftsmäßig. Fixieren Sie den Anschlussschlauch des Buttons am Körper des Pflegeempfängers mit einem Stück Fixierpflaster. Unterstützen Sie den Pflegeempfänger, bei Bedarf eine angenehme Position einzunehmen. Danach verabschieden Sie sich vom Pflegeempfänger. Dokumentieren Sie die Beendigung der Infusion mit Uhrzeit, dem Wohlbefinden des Pflegeempfängers und dem Zustand der Einstichstelle. Wurde die verordnete Menge der Infusion verabreicht, wird die subkutane Infusion entfernt. Desinfizieren Sie sich die Hände und beachten Sie die Einwirkzeit nach Herstellerangaben. Ziehen Sie Eimerlhandschuhe an. Öffnen Sie die Verpackung mit den Kompressen und legen Sie diese auf die Arbeitsfläche. Bereiten Sie zwei Streifen vom Fixierpflaster vor. Informieren Sie den Pflegeempfänger über die kommende Maßnahme und fahren Sie das Pflegebett in die passende Arbeitshöhe. Schließen Sie die Rollenklemme am Überleitsystem. Entfernen Sie durch das Abkleben der Klebeschichten den Button vom Pflegeempfänger. Ziehen Sie langsam die Teflonkanüle raus. Hängen Sie den Schlauch mit dem Button am Infusionsständer auf. Entnehmen Sie eine Kompresse aus der Verpackung. Danach führen Sie eine Hautinspektion der Einstichstelle durch und achten Sie dabei auf Entzündungszeichen. Decken Sie die Einstichstelle mit der Kompresse ab und fixieren Sie diese mit dem Klebestreifen. Irgendwie ein bisschen Blut nachkommt, was ich nicht glaube. Unterstützen Sie bei Bedarf den Pflegeempfänger, eine angenehme Position einzunehmen. Erkundigen Sie sich nach seinem Wohlbefinden. So, Bett fährt wieder nach unten. Entsorgen Sie die leere Verpackung von den Kompressen. Danach entnehmen Sie die leere Infusionsflasche mit dem Überleitsystem und entsorgen Sie alles vorschriftsmäßig. Nun entsorgen Sie die Einmalhandschuhe und desinfizieren Sie sich die Hände mit Berücksichtigung der Einwirkzeit. Verabschieden Sie sich vom Pflegeempfänger. Dokumentieren Sie die Beendigung der Infusion mit Uhrzeit, dem Wohlbefinden des Patienten und dem Zustand der Einstichstelle. Nun, das ist alles zu diesem Thema. Es bleibt mir noch zu sagen, ich hoffe, das Video war nutzbar für euch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Und achtet, der Pflegekanal hat jetzt auch Shorts. Das heißt, jeden Mittwoch erscheint ein 60-Sekunden-Video mit Inhalten, die in irgendeiner Form mit der Ausbildung oder mit der Pflege was zu tun haben. Bis zum nächsten Video. Ciao.